Moin Leute, FX NoSkin hier. Das ist heute mein erstes Video auf YouTube und dazu spiele ich heute passend auch meine erste Runde Fortnite. So, da geht es auch schon los. Wo landen wir? Wir können hier landen. Das sieht doch schön aus. So, runter gehts. Ich muss zugeben, das ist nicht meine erste Runde Fortnite. Ich habe auf meinem eigenen Kanal schon länger Fortnite gespielt. Ich habe mir jetzt für YouTube nochmal extra einen Account angelegt, damit ich vielleicht noch ein paar Challenges noch machen kann. Und ja, also wenn ihr eine Idee habt für eine Challenge, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde mir jeden Kommentar durchlesen. Ähm, lasst auch gleich ein Like und ein Abo da, das würde mich wirklich sehr freuen. Ähm, ja. Und wer Ideen hat für Challenges, die ich machen könnte, äh, ja, einfach auch in die Kommentare schreiben. So. Gut, dann suchen wir uns gleich mal den ersten Gegner. Ich glaube, unter mir ist einer. Wie komme ich denn hier runter? Oh nein. Ähm. Oh. Oh. Das war nicht so klug. Wo sind die? Äh, hier wird schon wild geballert. Ich glaube, hier sind sie. Äh. Ah. Ja. Mein erster Kill. Oh, oh. Erkritt. Hm. Ah. Äh. Wo hat er denn seine Mauer hingebaut? Oh, da haben wir schon unsere erste... Ja, Ding. Reden. Oh Gott. Was will er denn jetzt? Oh. Boah. Der war schön. Unsere erste Realitätserweiterung. Die wechsle ich aus und... Ja, ich nehme mal... Bootkrieger. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr noch Fortnite spielt. Ich habe das Gefühl, viele Leute hören auf, Fortnite zu spielen. Oh, was passiert jetzt? Oh nein, da hat doch jemand wieder diesen Hammer. Ich spür's doch. Oh. Wo ist der? Hier. Ah. Machen sie auf. Open the door. FBI. Ah. Oh, oh, oh. Ähm. Wir sind nicht da. Pssst. Leise, leise, leise. Oh, oh. Die sind cool aus, diese... Müllbehälter. Leider weiß ich, wo wir sind. Komm. Verstecken wir uns. Hier. Ach. So. Los geht's. Oh, hier haben wir noch so einen Mad-Nebel. Sehr schön. Dann hallen wir uns noch einmal. Eine Realitätserweiterung ist jetzt verfügbar. Was nehmen wir? Ich glaub, ich bin bei den Saufpacks. Interessant. Was passiert, was passiert? So. Ich glaub, wie man die nennt. Realitätserweiterungen. Ähm. Besser findet und welche nicht. Ich kenn mich da jetzt nicht so richtig aus, aber... Ah. Da sind doch schon Saufpacks. Zack. Ich hoffe, wir finden den mit dem Hammer wieder. Das fand ich jetzt nicht nett. Wie der uns da weggeballert hat. Das ist er nicht. Oh, der wird geschossen. Hinter, hinter, hinter. Ähm. Rotpunktsturmgewehr. Ich bleib bei dem Salbensturmgewehr. Das sieht mir sehr gut aus. Was ist denn? Ah, da. Oh, hier ist er noch. Noch eine Realitätserweiterung ist verfügbar. Probier unbedingt jede Erweiterung aus. Diese Frau nervt ganz schön, muss ich sagen. Schleichen wir uns von hinten an. Und... Schluss. Oh. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass sie... das überlebt. Boah. Der hit. Was will der denn jetzt da oben? Können diese Bäume noch runterfallen? Oh, Achtung. Baumpilch. Baumpilch. Oh. Fast. Nein, da soll ich nicht auch auf mich fallen hier. So, komm schon. Yes. Was ist denn hier los? Boah. Nein. Ip. Was ist das? Ein goldenes Item. Äh. Doch nicht Gold. Ups. Oh, ne. Von wo ist der denn jetzt? Hier ist ja was los. Wir sind die ganze Zeit in der Stadt. Und nichts passiert. Und jetzt einmal auf dem Land und schon... Und wartet. Wir gucken erst, was die Rallye ist. Die Rallye ist Erweiterung ist. Ich nehm leichte Finger. Das ist sicher sinnvoll. So. Attacke. Oh. Wollt auf den Stein. Oh oh. Keine Munition mehr. Raus. Komm raus. Noch ein bisschen. Komm schon. Ah. Ich sag jetzt gar nichts dazu. Das war alles ganz normal gespielt. Also von mir kriegt die Fortnite auf Weltklasse-Niveau zu sehen. Das muss man einfach sagen. Ja. Sollte ich lieber die Minis mitnehmen oder die Biggies? Ich glaube ich trinke den Biggie jetzt auf, wenn es nicht so viel Sinn macht. Und nehme dann die Minis mit. So. Let's go. Tankbarer... Ich nenne dich dieses Pistolenbooster. Geht das nie weg? Ich habe keine Pistole. Der versteht es nicht. Ja, ich nehme mir die Tankbarer Insasse. Ah. Endlich kann ich meine Waffen nachladen. Ah. Was ist das? Eine Kröte. Oh. Ein Schlüssel. Sehr schön. So. Los geht's. Ach, wir müssen in die Zone. Ich bin die ganze Zeit nur an einem Ort. Und der ist jetzt in der Zone. Hier. Avil Square. Los geht's. Ich will unbedingt den Hammer haben von dieser Person. Oh. Ein Motorrad. Jetzt geht's los. Ich hab ganz viel Stunts für euch gebeten. Und... Seht ihr? Jahrelange... Trinierortzeit. So. Autsch. Ah! In dem Müllcontainer hatte ich mich versteckt. Ob da jemand drinnen ist? Kommen sie raus. Ah. Okay. Anscheinend bin ich der Einzige, der ist hier im Müll versteckt. Los geht's. Oh. Oh. Ist das schön. Na gut. Weiter geht's. Wir sind hier in einem Schiefer. Mit dem Landschafts-Sindulator. Und... Boah. Das sieht gut aus. Da. Der Hammer. Alle weg. Das ist meiner. Ja. Ich hab einen Hammer. So. Jetzt bin ich gern für alle da. Da sind doch welche. Äh. Los geht's. Oh. Fuck. Was hättest du? Fuck. Und hinterher. Und... Fuck. Ja. Und gleich weiter. Gleich weiter. Oh. Warte. Kurz wasch wechseln. Pause. Und weiter. Und... Oh. Schafferen. So. So. Hallo. Ui. Was ist das? Eine goldene. Sehr gut. Das finde ich ist doch gut. Das finde ich ist doch gut. So lässt sich das Leben leben. Wenn doch nicht ständig jemand auf einen schießen würde. Dann wäre das hier echt schön. Muss... äh. Ne. Gerade Sägel schießen. Mann. Oh. Oh. Und das noch einer. Aber das wird ein Hammerkrieg. Achtung. Drei. Zwei. Eins. Ich würde sagen das war super getan. So. Nur noch zwölf beziehungsweise elf Leute. Das könnte. Das könnte was werden. Oh. Da sind noch mal zwei. Ich liebe den Hammer. Oh. Ich... Liebe den... Liebe den... Nein. Wohin? Das war geplant. Und jetzt. Zack. Also wenn irgendjemand sagt. Ich spraye zu viel. Denn das ist einfach gelogen. Ich spraye gar nicht. Ich bin ein... Hä? Hier will ich gar nicht hin. Ah. Zack. Komm. Zeig dich noch mal. Und oh. Äh. Ah. Zack. Hä? Oh. Oh. Also was ich sagen muss. Die Grafik von Fortnite ist echt so viel schöner geworden. Ja. Könnt ihr sagen was ihr wollt. Ich finde das ist einfach schön. So. Jetzt aber weiter. Noch... Sieben Gegner. Los geht's. Ui. Da schießt doch jemand. Warten Sie bitte auf mich. Äh. Stirb. Ja. Da ist noch einer. Jetzt kommt der Hammer. Halt... Mensch. Ja. Ich bin halt einfach... Äh. Super. Level 6. Das geht aber schnell. Da oben scheint sie was los. Oh. Ist da jemand? Ja. Warten Sie. Ich muss nachladen. Und... Zack. Hoch. Zack. Hallo. Hoch. Attacke. So. Jetzt muss ich da nur noch hoch. So. Da sind sie doch. Nein. Das war meiner. Den hatte ich so vorgedamaged. Ha. So. Ein Schlüssel. Für was soll ich das nutzen? Ja. Hier. Ich hab aber schon ne gute. Hm. Da muss ich jetzt überreicht. Ich mach hier so. Auf Wiedersehen. Und... DMR. Los geht's. Oh nein. Ich will... Nein. Bitte nicht. Nein. Wenn sie sich jetzt... Ja. Ein Kill noch. Dann hab ich 20 Kills. In meiner ersten Runde. Beziehungsweise. Es ist wie gesagt nicht meine allererste Runde. Aber... Wow. Nein. 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 Oh nein. Kurze Heilpause. Gegner. Wir machen eine kurze Pause. Bis ich weiter sage. So. Zack. Oh nein. Zack. Und... Weiter. Weiter. Ihr... Ein epischer Sieg. In der ersten Runde. Danke an alle, die dieses Video geschaut haben. Lasst doch gerne ein Like da ab. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr noch Fortnite spielt. Oder was für Challenger das ich machen sollte. Ja. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.